Wir haben den 18. Mai 2022. Hier ist gerade der Hausrottschwanz. Jetzt habe ich ihn ganz kurz gehört. Ich habe immer die Fenster zu, alle Fenster zu und rum. Ich nehme ihn gerade von innen auf. Ich gehe jetzt nicht raus. Jetzt sind viele Rauben, Spalben vorbeigeflogen. Möven habe ich vorhin auch gesehen. Jetzt ist es schwierig mit den Händen. So sehen wir sie. So können wir sie gut in Spalben machen. Ich mache nur ein kurzes Video. Und dann noch meine Hand.